So, das ist mein Frühstück heute am Race Day. Es ist jetzt 5 vor 6. Eigentlich wollte ich um 6 los, wir denken. Naja, und dann fahre ich nach Remscheid zum Röntgenlauf. Sturmböen, Sturmwarnung sogar heute. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja eher so der Typ, der gerne im Warmen läuft, aber schauen wir mal. Bin noch etwas müde und jetzt wird es Zeit. Deswegen erstmal Kamera aus. Bis gleich.